Als Sheila von ihrem Buch aufsieht und ihre Freundin Angela vor ihr steht, da weiß sie, es ist der Zeitpunkt gekommen, an dem der Mord an ihr aufgeklärt werden muss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen True Crime Time Story. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der heutige Fall führt uns zurück ins Jahr 1984. Es ist der 12. Oktober und Angela Simota, sie möchte gerne ausgehen. Angela, das ist die junge Dame auf dem oberen Foto hier. Sie ist eine junge Frau von 20 Jahren und sie hat eigentlich nicht so oft die Gelegenheit auszugehen. Sie studiert Ingenieurswesen und Computerwissenschaften im dritten Jahr an der Uni in Dallas und ihre Ausbildung, die ist ihr sehr wichtig. Sie ist die größte Priorität in ihrem Leben und so verbringt sie die meisten Abende, inklusive die Abende der Wochenenden, mit Lernen zu Hause in ihrem kleinen Apartment. Aber an diesem Freitagabend, da möchte sie mal raus. Und so ruft sie ihren Freund Ben McCall an. Sie fragt ihn, ob er Lust hat, heute mit ihr und einer Freundin auszugehen. Eigentlich weiß sie ganz genau, dass er am nächsten Morgen arbeiten muss. Er muss sehr früh raus. Ben, der hat sein Studium schon vor drei Jahren abgeschlossen. Er hat einen guten Job als Bauprojektleiter ergattert. Also, naja, Angela kennt die Antwort schon, aber sie möchte es doch zumindestens versuchen. Die beiden sind seit zehn Monaten zusammen. Angela ist verliebt, wie am allerersten Tag oder wie in der ersten Woche. Aber wie es kommen muss, die beiden unterhalten sich ein wenig. Ben hat keine Lust mitzukommen. Er hat keine Lust, am nächsten Morgen völlig übermüdet arbeiten zu müssen. Und so lehnt ja Angelas Einladung ab. Obwohl sie sich das eigentlich schon gedacht hat, ist sie ziemlich enttäuscht. Aber, naja, auch wenn die junge Frau sich sehr ihrem Studium verschrieben hat, ihre Zeit hauptsächlich mit Lernen verbringt, trotz allem hat sie einen ziemlich großen Freundeskreis. Es mangelt ihr auf keinen Fall an Freunden, mit denen sie ausgehen kann, wenn sie das möchte. Und hier bemerkt Angela, dass sie einen taktischen, strategischen Fehler gemacht hat. Sie hat Ben gefragt, ob er mit ihr und Anita ausgeht, also mit ihrer Freundin. Damit hat sie ihm aber vielleicht die Motivation genommen, mitzukommen. Also hätte sie vielleicht gesagt, sie wolle alleine los, dann hätte er vielleicht eingewilligt, mitzukommen, damit sie nicht alleine ist, um sicherzustellen, dass ihr nichts passiert, um sie zu beschützen. Aber gut, die Chance hat sie jetzt vertan. Sie möchte aber so gerne, dass er mitkommt. Und vielleicht, wenn sie ihm sagt, dass noch ein anderer Freund mitkommt, ein männlicher Freund mitkommt, ein Freund, der Angela schon mal nach einem Date gefragt hat, ein Freund, mit dem sie sogar fast schon mal zum Date gegangen wäre, es allerdings im letzten Moment abgesagt hat. Vielleicht, vielleicht macht das Ben ein bisschen eifersüchtig und er kommt doch mit. Okay, das ist jetzt ziemlich unreif. Angela ist 20, sie darf auch noch ein bisschen kindisch sein. Haben wir nicht alle sowas mal versucht. Es hilft aber auch nichts. Also sie ruft Ben nochmal an, sie sagt ihm, dass sie auch Russell fragen möchte, ob er mitkommt. Das beeindruckt Ben relativ wenig. Er wünscht ihnen einen schönen Abend. Also ruft Angela tatsächlich bei Russell an. Er ist wirklich nur ein Freund für sie. Sie haben sich zu dem Zeitpunkt auch schon länger nicht gesehen. Er hat im Vorjahr das College erfolgreich abgeschlossen, arbeitet inzwischen als Architekt in Dallas. Aber anders als Ben muss er am nächsten Tag nicht arbeiten. Und er hat durchaus Lust, den Abend mit zwei hübschen jungen Frauen in der Stadt zu verbringen. Ich habe keine Ahnung, wie Anita aussieht. Von ihr gibt es kein Foto. Aber Angela ist definitiv eine Erscheinung. Sie ist ein sehr hübsches Mädchen. Und alle beschreiben sie auch als eine sehr strahlende Person. Sie leuchtet von innen. An diesem Abend wirft sie sich außerdem in ihr Lieblingsoutfit. Ein schwarzes Jumpsuit aus Seide. Dazu gibt es schwarze High Heels und eine hübsche Tasche. Sie ist also ein Hingucker. Und so ziehen die beiden jungen Frauen dann los. Sie verlassen Angelas Wohnung im zweiten Stock. Sie steigen in ihr Auto. Angela fährt selbst. Sie hat nicht vor, Alkohol zu trinken. Und sie hat angeboten, zu fahren. Kurz nach halb zehn sind sie dann an Russells Apartment. Der wohnt nur fünf Minuten die Straße runter. Und sie sammeln ihn dort ein. Erst fallen sie in einen Irish Pub, dann weiter in einen Club. Und schließlich landen sie in der Innenstadt von Dallas, in einem Nachtclub. Von dort aus versucht Angela nochmal. Sie ruft nochmal bei Ben an, in der Hoffnung, dass er vielleicht inzwischen doch Lust bekommen hat, dass er vielleicht noch zu ihnen stoßen möchte. Möchte er nicht. Aber er ist Stammkunde bzw. VIP-Kunde in diesem Nachtclub. Und er organisiert für die drei, dass sie in den VIP-Bereich des Clubs eingelassen werden. Und so feiern die drei dann also im VIP-Bereich. Sie tanzen viel. Angela scheint jeden und jede zu kennen. Sie geht von Tisch zu Tisch. Anita kommt es vor, als würde sie wirklich ausnahmslos mit jedem sprechen. Ist vermutlich ein bisschen übertrieben. Anita, die sagt nachher auch, dass sie sich so ein bisschen wie das dritte Rad am Wagen fühlt. Auch, dass Angela halt viel mit Russell tanzt. Sie scheint sich also so ein bisschen vernachlässigt zu fühlen. Nichtsdestotrotz haben die drei ihren Spaß. Sie tanzen viel. Und so gegen halb eins dann ist Angela müde. Sie findet, es ist Zeit für sie zu gehen. Sie muss zwar am nächsten Morgen nicht arbeiten, aber sie hat trotzdem Pläne. Sie will mit seiner Freundin nach Veko fahren. Das ist ungefähr 100 Meilen südlich von Dallas. Und sie wollen sich dort ein Footballspiel ansehen. Sie sammelt also Anita und Russell wieder ein, um nach Hause zu fahren. Draußen vor dem Klub, da ist auch noch richtig viel los. Auch in Dallas gibt es am nächsten Tag ein wichtiges Footballspiel. Außerdem findet gerade eine Fähr statt. Das ist so eine Landwirtschaftsmesse. Ich glaube, das ist so eine Mischung mit, also als Messe und Vergnügungsparkiertag oder so. Vielleicht ist sogar ein Rodeo dabei. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall richtig voll. Die Stadt ist voll mit Touristen und alle sind am Feiern. Die drei allerdings, die fahren nach Hause. Eine Viertelstunde später halten sie vor Russells Haus an. Sie verabschieden sich. Russell umarmt Angela noch ziemlich lange sogar. Und Angela, die lädt dann Anita ein, bei ihr zu übernachten. Die will aber nicht. Die will lieber nach Hause. Und so setzt sie die Freundin von deren Apartment ab. Es verabschieden sich auch diese beiden. Angela, die wartet noch, bis Anita im Haus verschwunden ist. Und dann fährt sie weiter. Sie hat aber immer noch Sehnsucht nach ihrem Ben. Und so beschließt sie, bei ihm vorbeizufahren. Seine Wohnung liegt auch direkt auf dem Weg. Es ist kein großer Umweg. Vielleicht kann sie ja bei ihm übernachten. Und so klingelt sie kurz nach 1 Uhr nachts an seiner Tür und steht daraufhin natürlich einem total schlaftrunkenen Ben gegenüber. Ja, also ich weiß auch nicht. Ich meine, ich verstehe ja, dass sie total verliebt ist. Aber irgendwann könnte sie es ja auch kapieren, dass das keine gute Idee ist. Er muss froh raus. Er will einfach nur schlafen. Ben allerdings, der scheint ein total netter zu sein. Ich meine, er macht ihr zwar klar, dass er jetzt wirklich schlafen will, dass sie nicht hierbleiben kann, dass sie ihn nur vom Schlafen abhalten würde. Aber er scheint ihr jetzt auch nicht böse zu sein. Also zumindestens hebt er ab, als sie ihn kurz darauf erneut anruft. Es ist kurz vor zwei. Er ist gerade wieder am Einschlafen. Ich glaube, nicht jeder hätte da noch abgehoben. Er weiß genau, wer da anruft. Er hat natürlich recht. Das ist erneut Angela. Aber ihr Anruf ist auch mal alarmierend. Sie hat nicht jetzt noch was vergessen, was sie ihm unbedingt sagen muss, sondern sie klingt richtig verängstigt. Ben, sagt sie, rede mit mir. Und er weiß sofort, dass hier was nicht in Ordnung ist. Also klar, zum einen ist das natürlich eine ungewöhnliche Anrede. Man ruft ja nicht jemanden an, mitten in der Nacht, der schlafen möchte, um ihm zu sagen, dass er mit einem reden soll. Aber auch ihre Stimme, die sagt ihm eindeutig, hier ist was faul. Er hört dann Lärm im Hintergrund, eine Stimme, die irgendwas fragt. Eine ziemlich aggressive Stimme. Ben fragt natürlich, was los ist, ob Angela okay ist. Sie zögert dann kurz, dann sagt sie auch, ich habe einen Mann in meine Wohnung gelassen. Dann scheppert es nochmal gewaltig an Angelas Ende der Leitung. Und diesmal ist der Lärm auch viel näher als vorhin. Und dann sagt sie, ich rufe dich gleich nochmal an. Ihre Stimme klingt irgendwie gehetzt und die Leitung ist dann tot. Ben, er kann sich natürlich überhaupt keinen Reim auf die ganze Situation machen. Er ist jetzt hellwach. Er weiß nicht so recht, was er tun soll. Er wartet kurz darauf, dass seine Freundin wie versprochen zurückruft. Er versucht seinerseits, sie zu erreichen. Es klingelt, sie hebt nicht ab. Es ist jetzt so ein Zwiespalt, weil sie hat ja gesagt, sie ruft gleich zurück. Und 1984, sie kann ihn ja nur am Festnetz zurückrufen. Wenn er jetzt losfährt und sie da anruft, dann verpasst er sie ja. Andererseits denkt er sich, okay, ich fackel lieber nicht lange. Er zieht sich die nächstbesten Klamotten über. Er läuft zu seinem Wagen. Es sind noch nur zehn Minuten Fahrt. Ben scheint zu fliegen. Er hat auch für seinen Job ein Satellitentelefon im Wagen. Das ist eine wahre Rarität damals. Und er nutzt das jetzt natürlich, um immer wieder zwischendurch Angelas Nummer zu wählen, um zu sehen, ob sie abhebt. Aber, naja, sein Klingeln scheint irgendwie ins Leere zu gehen. Sie hebt nicht ab. Als er dann bei ihrem Haus ankommt, da ist alles still. Er geht rein, also rauf. Da gibt es kein Treppenhaus, sondern da geht Außentreppen rauf. Er klopft, er klingelt an der Wohnungstür. Aber es öffnet ihm keiner. Er läuft also nach hinten, klettert dort hoch. Er versucht sein Glück an ihrer Balkontür. Aber auch da bleibt es ruhig und es rührt sich nichts. Das Einzige, was ihm jetzt noch überbleibt, ist, Hilfe zu rufen. Er läuft zurück zum Auto. Er wählt den Polizeinotruf. Dann setzt er sich auf die Treppe und wartet. Es ist 2.17 Uhr. Bis die zwei Streifenbeamten eintreffen, dauert es 23 Minuten. Auch sie probieren es erst mit Klingeln und Klopfen. Und dann bitten sie Ben vom Hausmeister, den Schlüssel zu besorgen. Was er natürlich auch tut. Eigentlich rechnen die Beamten ja jetzt hier nicht mit einem schlimmen Verbrechen oder sowas. Sie hatten eine relativ ruhige Nacht. Also sie hatten viele Betrunkene und Feiernde und Ruhestörungen. Aber nichts Dramatisches. Sie rechnen hier auch nicht damit. Aber sie irren sich. Schon als sie die Wohnung betreten, macht sich der Verdacht breit, dass sie es hier mit einem ernsten Fall zu tun haben. Mitten im Wohnzimmer auf dem Teppich, da liegt ein schwarzer Stöckelschuh. Aber fast noch schlimmer, von dort führt eine Spur weg von diesem Schuh. Es ist ein schmaler Streifen, der da quer über diesen flauschigen Teppich durchs ganze Zimmer führt, im Schlafzimmer verschwindet, beziehungsweise in dem Zimmer, was sie für das Schlafzimmer halten. Es sieht da so ganz so aus, als wäre jemand quer durch das ganze Zimmer geschleift worden. Während die Streifenbeamtin nun Ben ein Zeichen gibt, bleibt draußen. Da folgt ihr Kollege dieser Spur ins Nebenzimmer, das tatsächlich das Schlafzimmer ist. Und nur Sekunden später besteht sich der Verdacht. Er sagt, ich denke, ich habe sie gefunden. Diese Polizeibeamtin, die da vor Ort ist, die wird später noch 31 Jahre im Polizeidienst bleiben, aber im Nachhinein wird sie sagen, das war wirklich der schrecklichste Tatort, den sie je gesehen hat. Angela, die liegt auf dem Rücken auf dem Bett, die Beine hängen über den Rand der Matratze. Sie ist nackt, sie ist von oben bis unten voller Blut. Es ist auf den ersten Blick klar, dass hier ein furchtbares Verbrechen geschehen ist. Die junge Frau wurde vergewaltigt und erstochen. 18 Stichwunden werden ihr zugefügt, das wird später festgestellt. Die Polizei, siehst du ihn, die sagt später aus, es sah aus, als wäre ihr Herz aus der Brust gerissen worden und oben drauf gelegt. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich ist. Ich glaube, sie sagt nur, es sah so aus, weil danach habe ich davon nichts mehr gehört. Aber es sah auf jeden Fall sehr blutig aus und, naja, sehr böse. Die Polizistin, die checkt aber dennoch den Puls, muss sie ja. Sie untersucht Angela auf Lebenszeichen. Sie findet keine. Ihr Kollege währenddessen kontrolliert das Apartment. Der muss ja sicherstellen, dass der Angreifer nicht vielleicht irgendwo noch da ist und sich irgendwo versteckt. Aber, naja, der scheint tatsächlich über alle Berge zu sein. Wenig später wimmelt es auf der Straße vor dem Haus, nur so von Polizeiautos. Blaulicht blitzt überall. Die Spurensicherung ist da. Der Gerichtsmediziner ist da. Und auch die Mordkommission. Schon von Anfang an tippen die Ermittler auf eine Sexualstraftat. Aus dem Apartment, da scheint nichts zu fehlen. Es scheint nicht durchsucht oder durchwühlt worden zu sein. Außerdem gibt es keinen Hinweis auf ein gewaltsames Eindringen. Angela muss ihrem Mörder selbst die Tür geöffnet haben. Abwehrverletzungen an ihren Händen und Armen, die deuten darauf hin, dass sie versucht hat, sich zu wehren. Blutspuren im Badezimmer wiederum, die geben den Ermittlern Hinweise darauf, dass der Mörder das Bad benutzt hat, vermutlich, um sich selber dann wieder sauber zu machen und alles Blut abzuwaschen. Die Tatwaffe ist ein Messer, das wird am Tatort nicht gefunden. Der Täter muss es mitgenommen haben. Es fehlt allerdings ein Messer aus dem Messerblock in der Küche. Es wird also vermutet, dass der Täter dieses Messer dort verwendet hat und dann mitgenommen hat. Die Polizei ist jetzt überzeugt, dass Angela ihren Angreifer gekannt haben muss. Sie hat ihm ja schließlich die Tür geöffnet. Deshalb wird natürlich erstmal in ihrem direkten Umfeld ermittelt. Im Verdacht stehen, ja klar, Ben und Russell. Außerdem gibt es dann noch einen jungen Mann, der Angela wohl noch kurz zuvor gestalkt hat. Ihre Freundinnen waren da sehr besorgt. Sie weniger, keine Ahnung, was dahinter steckt. Er hat ja wohl Liebesgedichte geschrieben und geschickt. Er hat ja kleine Zettel mit Botschaften an ihre Windschutzscheibe befestigt. Ja, wenn er das, also wenn das alles war, was er gemacht hat, ist es wahrscheinlich nicht so wild. Aber das muss natürlich untersucht werden. Eine Freundin von Angela, die macht die Polizei dann auch noch auf Lance Johnson aufmerksam. Das ist Angelas Ex-Freund aus ihrer Heimatstadt Amarillo. Der hat das Beziehungsaus zwischen den beiden wohl lange Zeit nicht wirklich akzeptieren wollen. Anscheinend hat er Angela sogar mal mit einem Messer bedroht. Natürlich muss auch der auf die Liste. Als erstes überprüft wird Ben. Nicht nur, weil er Angela am nächsten steht, sondern auch der Polizei, also er steht ja direkt vor ihnen. Er ist ja am Tatort. Wenn es stimmt, dass Angela ihn um 1.45 Uhr angerufen hat und er um 2.17 Uhr den Polizeinotruf gewählt hat, dann ergibt sich ein Zeitfenster von 32 Minuten, in dem der Mord geschehen sein muss. Und das müsste ja bedeuten, dass Ben den Mörder nur ganz knapp verpasst haben kann. Und das halten die Beamten erstmal für ziemlich unwahrscheinlich. Ben wird also gleich zum Verhör mitgenommen. Er wirkt auch sehr ruhig, fast schon unbeteiligt. Er zeigt keine großartige Reaktion darauf, dass seine Freundin jetzt tot ist. Als er befragt wird, wiederholt er dann seine Geschichte, wie sie ihn angerufen hat, wie verängstigt sie war. Und dass sie sagte, sie hätte einen Mann in ihre Wohnung gelassen. Aber die Beamten, die glauben ihm nicht so unbedingt. Die Geschichte, die klingt ihnen einfach zu ausgedacht. Und naja, sie hat einen Mann in die Wohnung gelassen. Naja, das klingt halt auch so, als würde er von sich ablenken wollen. Sie vermuten vielmehr, dass Ben eifersüchtig war, weil eben seine Freundin mit einem anderen Mann aus war, unterwegs war. Sie vermuten, dass er vielleicht zornig war, dass er zu ihr gefahren ist, um sie zu bestrafen. Ben, der verweigert einen Lügendetektortest. Er willigt aber sowohl ein, eine Blut- als auch eine Speichelprobe abzugeben. Er lässt sich auch bereitwillig Proben von unter seinen Fingernägeln abnehmen. Und er gibt der Polizei die Erlaubnis, seine Wohnung zu durchsuchen, sein Auto zu durchsuchen und auch seine Telefondaten auszuwerten. Also eigentlich, abgesehen von diesem Lügendetektortest, ist er ja relativ kooperativ. Es macht auch durchaus Sinn, so einen Lügendetektortest zu verweigern. Das wird immer wieder gesagt, das hört man immer wieder. Auch wenn man völlig unschuldig ist, man hat irgendwie dabei nichts zu gewinnen. Man kann nur verlieren, denn diese Tests, die sind ja nicht so zuverlässig. Und wenn der Test jetzt sagt, okay, der sagt die Wahrheit, dann ist das so, naja, aber die Tests sind ja nicht zuverlässig. Wenn der Test aber sagt, er lügt oder er hat keine Ergebnisse, dann man weiß ja nicht. Also das wird eigentlich immer wieder geraten, man sollte diese Tests nicht freiwillig machen. Das ist jetzt auch gar nicht mal so wichtig, denn die sind fix, die Gerichtsmediziner in Dallas. Die ersten Autopsieergebnisse, die sind schon sehr schnell da. Also ist jetzt mal nur so ein Vorabbericht, aber schon wichtig. Denn die bestätigen nicht nur, dass Angela tatsächlich brutal vergewaltigt wurde, sondern auch, dass der Täter jede Menge Körperflüssigkeiten hinterlassen hat. Unter anderem ist da auch Samenflüssigkeit dabei und das bestätigt natürlich, dass der Täter ein Mann war. Es stellt sich aber noch was heraus, nämlich, dass dieser Mann ein Non-Secretor ist. Ja, also ehrlich gesagt, ich finde keine Übersetzung dazu. Das Wort an sich wird mir nicht übersetzt. Ich habe noch nie was davon gehört. Wahrscheinlich habe ich in Bio nicht aufgepasst. Ich versuche es aber mal zu erklären, so wie ich es verstanden habe. Es bedeutet, dass die Antigene der Blutgruppe nicht in den Körperflüssigkeiten aufscheinen, außer im Blut selbst. Also in Speichelsamenflüssigkeit oder anderen Sekreten, da sind sie nicht vorhanden. Und somit kann allein mit diesen Flüssigkeiten die Blutgruppe nicht bestimmt werden. Das ist aber eine wichtige Information. Also ungefähr 50 bis 80 Prozent der Menschen sind Sekretoren und 20 bis 50 Prozent sind Non-Sekretoren. Ich nenne es jetzt mal so, ich weiß nicht so recht, wie ich es nennen soll. Wie gesagt, ich kenne keine Übersetzung dazu. Diese Zahlen sind jetzt erstmal nicht so atemberaubend. 50 bis 80 Prozent, 20 bis 50 Prozent. Aber das hilft der Polizei, schnell mal einige der Tatverdächtigen auszuschließen. 1984, also viele Jahre, bevor man in der Lage ist, DNA ausreichend zu bestimmen, da ist das schon ein ziemlicher Fortschritt. Und es ist so ziemlich das Beste, was die Polizei zu dem Zeitpunkt kriegen kann. Es werden also alle Verdächtigen auf diese Sekretor- oder Non-Sekretor-Sache getestet. Und zusammen mit ein paar handfesten Alibis können folgende Personen definitiv ausgeschlossen werden. Zunächst mal Lenz, also der Ex-Freund von Angela. Er ist ein Sekretor und er hat fest zu Hause im Haus seiner Eltern in Amarillo geschlafen, als Angela ermordet wurde. Die können das auch bezeugen. Der war es also nicht. Er kann ausgeschlossen werden. Der Stalker mit den Liebesgedichten, der ist zwar ein Non-Sekretor, passt also ins Profil, aber er hat ein hieb- und stichfestes Alibi. Wird nicht näher genannt, aber offensichtlich überzeugt es die Polizei. Bleiben also noch Ben und Russell über. Und auch Ben ist jetzt ziemlich schnell raus. Zum einen ist er ein Sekretor, passt also nicht ins Profil. Und es wird auch in seiner Wohnung, in seinem Wagen wird nichts gefunden. Die Telefondaten, die belegen seine Geschichte. Sie platzieren ihn so gerade mal weit genug weg vom Tatort. Die Beamten kommen zu dem Schluss so ganz richtig ausgegangen. Kann sich das nicht sein. Bleibt noch Russell und bei dem sieht es anders aus. Er ist zunächst mal ein Non-Sekretor, also er passt ins Profil. Diese Flüssigkeiten könnten von ihm sein. Und natürlich, er war zuletzt mit Angela zusammen, bis kurz zu dem Zeitpunkt, wo sie ermordet worden ist. Er wohnt nah genug, um den Weg in kurzer Zeit zu Fuß zu ihr zurückgelegt haben zu können. Und er ist verschwunden. Erst am 15. Oktober, also zwei volle Tage, nachdem der Mord passiert ist, trifft die Polizei ihn dann zu Hause an. Als es an der Tür klopft und er öffnet, da stehen mehrere Beamte vor ihm mit gezogener Waffe und er wird abgeführt. Er ist ziemlich verwundert. Er sagt aus, dass er zum einen mit dem Mord nichts zu tun hat, aber dass er bis zu dem Zeitpunkt, als die Polizei vor seiner Tür stand, auch nicht mehr gewusst hat, dass Angela überfallen wurde und tot ist. Er sagt, das letzte Mal hat er sie und Anita gesehen, als die beiden ihn zu Hause abgesetzt haben und er sich von ihnen verabschiedet hat. Er sagt auch, er hat nie eine romantische Beziehung zu Angela gehabt. Er weiß, dass sie einen Freund hat. Er ist auf diesen auch kein bisschen eifersüchtig. Und er kann auch seine Abwesenheit am Wochenende erklären. Er war vom 13. auf den 14. Oktober in Dallas auf einer Hochzeit. Danach ist er dann noch zu seinen Eltern geflogen, um die zu besuchen. Und am 14. war er dann spätabends wieder zu Hause. Diese Geschichte, die klingt jetzt einerseits ziemlich plausibel. Sein Alibi allerdings, naja, das ist jetzt nicht wirklich wasserdicht, weil für die Nacht vom 12. hat er ja keins. Und dann passt er noch als Non-Sekretor in dieses Profil rein. Er kann also als Verdächtiger nicht wirklich ausgeschlossen werden. Und naja, er ist auch der Einzige, der von den ursprünglichen vier Verdächtigen noch übrig ist. Andererseits gibt es keine Beweise dafür, dass er am Tatort war oder sonst irgendwas damit zu tun hat. Und am Ende muss er aus dem Verhör dann freigelassen werden. Über die nächsten Wochen hinweg gehen sechs Beamte Vollzeit allen Spuren nach. Sie überprüfen jedes Telefongespräch von Angela, jeden Termin. Sie überprüfen alle Menschen in ihrem Umfeld, von Freunden bis hin zum Automechaniker, der vor ein paar Wochen das Auto repariert hat. Es werden sogar die Leute überprüft, die vor ein paar Wochen den neuen Teppich in Angelas Wohnung verlegt haben. Aber gefunden wird einfach rein gar nichts. Niemand scheint irgendwie verdächtig. Niemand scheint irgendwie was damit zu tun zu haben. Und auch im Fernsehen wird der Fall natürlich gebracht. Die Leute werden ganz aktiv aufgerufen, sich zu melden. Im Zweifel sogar anonym. Hauptsache, wenn jemand was gesehen hat, wenn jemand was weiß, bitte soll er sich melden. Es werden insgesamt 11.000 Dollar als Belohnung für Hinweise ausgesetzt. Aber das alles führt zu nichts. Offensichtlich weiß niemand was. Keiner hat irgendwie was gesehen oder gehört. Ja, außer der Täter vermutlich. Aber naja, der wird sich hüten. Aber den Hauptermittler in dem Fall, Detective Sparks, den lässt der Fall nicht los. Noch immer steht der Name Russell im Raum. Noch immer gibt es keinen einzigen Beweis gegen ihn. Er ist aber nicht der Einzige, der sich auf ihn eingeschossen hat. Es gibt eine Freundin von Angela, eine ehemalige Mitbewohnerin von ihr. Ihr Name ist Sheila Gibbons. Und auch sie ist davon überzeugt, dass Russell der Täter ist. Sheila ist die Dame auf dem unteren Bild. Und das ist natürlich ein neueres Foto von ihr, wie sie inzwischen aussieht. Sie jedenfalls bietet Detective Sparks an, sich verkabeln zu lassen und mit dem Verdächtigen zu sprechen. Vielleicht kann sie ihn ja irgendwie dazu bringen, dass er ihr was erzählt, dass er ihr gegenüber vielleicht sogar gesteht. Vielleicht kriegt sie ja irgendwas raus. Und das passiert tatsächlich. Also Detective Sparks, der lässt sich da drauf ein. Zusätzlich wird Russell auch noch 24 Stunden am Tag überwacht. Immer wieder wird er auch zum Verhör geladen. Sie wollen ihn, glaube ich, auch Mürbe machen, vielleicht, dass er zusammenbricht. Sie sagen ihm, er soll doch gestehen. Aber all das ändert nichts. Er tut nichts, was verdächtig wäre. Er sagt nichts, was verdächtig wäre. Und am Ende verlaufen die Ermittlungen völlig im Sand. Der Fall wird im April 1984 zu den Akten gelegt. Nicht zuletzt auch, weil Russell irgendwann findet, dass ihm das zu dumm ist. Er sich einen richtig guten Anwalt anheuert. Und dieser Anwalt, der sagt der Polizei letztlich, hört mal, entweder ihr habt was in der Hand, dann verhaftet ihn jetzt. Oder lasst ihn in Ruhe. Und naja, die Polizei ist da machtlos. Sie kann nichts tun. Der Fall landet also bei den Cold Cases in den Akten. Eine allerdings, die vergisst den Fall nicht so schnell. Vielleicht, weil sie der Verlust ihrer Freundin wirklich so hart trifft. Vielleicht hat es aber auch ein bisschen damit zu tun, dass sie, als sie sich da mit Detective Sparks getroffen hat, da hat sie zufällig auf dem Polizeireview Fotos gesehen. Und zwar vom Tatort und auch wohl von Angelas Leiche. Das hat sie natürlich schwer verstört. Was auch immer der Grund ist, Sheila Gibsons Leben ist jetzt nicht mehr so wie vorher. Also sie kommt über diesen Verlust nicht hinweg. Sie wird auch von ständiger Angst begleitet. Sie wird diese Angst einfach nicht mehr los. Sie hat kein Vertrauen mehr in die Polizei und in die Justiz. Denn sie ist völlig davon überzeugt, dass Russell mit dem Mord einfach so davongekommen ist. Sie bricht letztendlich ihr Studium mitten im letzten Semester ab. Sie beginnt einfach nur so vor sich hin zu leben. Verliert irgendwie so ein bisschen das Ziel im Leben. Und erst als sie dann 1986 einen Mann kennenlernt, sich verliebt und diesen auch heiratet, da verläuft ihr Leben dann schön langsam wieder halbwegs in der Bahn. Sie heiratet also, sie bekommt zwei Kinder und das lenkt sie so einigermaßen von ihrem Trauma ab. Wir sind aber noch nicht am Ende. Wir springen jetzt ins Jahr 2004. Sheila, die ist inzwischen 43 Jahre alt. Sie lebt ihr Leben gemeinsam mit ihrer Familie in Nashville. Und sie hat Angela nicht vergessen. Aber sie versucht halt die Gedanken daran möglichst wegzuschieben. Sie will sich ihr nicht ihr ganzes Leben dadurch zerstören lassen. Sie weiß, dass sie weitermachen muss und ja, dass es eben nichts ändert. Jetzt wird es allerdings ein bisschen grüselig. Grüselig, grüselig. Als Sheila eines Abends allein zu Hause ist, da erscheint ihr Angela. Sheila, die sitzt auf dem Bett. Sie lernt irgendeinen Kurs, den sie gerade macht. Aber als sie kurz aufsieht, da lässt sie vor Schreck ihr Buch fallen. Sie erstarrt, denn vor ihr steht eben Angela. Sie trägt die gleiche Kleidung wie damals, als sie sie zum letzten Mal gesehen hat. Sie sieht genauso aus wie damals. Sie ist nicht älter geworden oder so. Und sie sieht ihr einfach nur stumm in die Augen. Mit dem nächsten Augenblinzeln ist sie dann auch schon wieder verschwunden. Aber für Sheila ist das jetzt ein Zeichen. Und zwar ein Zeichen Gottes. Es zeigt ihr, dass es nun an der Zeit ist, dass der Mord an ihrer Freundin endlich aufgeklärt wird. Tatsächlich hat sich in der Zwischenzeit auch etwas geändert. Wir sind im Zeitalter der DNA angekommen. Sheila greift also zum Telefonhörer. Sie wählt die Nummer des Dallas Police Departments. Ja, keine Ahnung, was sie sich jetzt erhofft. Die sagen jetzt erstmal nicht, ach ja, super, gute Idee, wir checken das mal. Nein, es gibt hier niemanden, der Cold Case Fälle bearbeitet. Und es gibt auch niemanden, der irgendwie daran Interesse zu haben scheint. So schnell allerdings gibt Sheila nicht auf. Klar, sie hat auch ein Zeichen Gottes erhalten. Und so ruft sie in den nächsten zwölf Monaten 781 Mal die Polizei in Dallas an und verlangt, dass die DNA-Proben aus Angelas Fall getestet werden. In zwölf Monaten 781 Mal, das sind über zweimal täglich. Ich wollte es nur erwähnt haben. Dass man da jetzt nicht so euphorisch darauf reagiert, liegt zum einen wohl auch daran, dass man sich gar nicht sicher ist, ob die Proben überhaupt noch da sind. Wobei, das könnte man ja relativ schnell feststellen, aber gut. Und zum anderen ist ein DNA-Test natürlich ziemlich teuer und es handelt sich da ja um Geld, dass man nicht unbedingt in einen über 20 Jahre alten Fall investieren möchte. Sheila, die sieht also, naja, so komme ich nicht wirklich weiter. Und sie beschließt, eine Ausbildung zur privaten Ermittlerin zu machen. Dann kann sie den Fall selbst untersuchen und die Polizei auch weitaus besser unter Druck setzen. Also, damit die den Fall nochmal neu aufrollen. 2006, also zwei Jahre, nachdem ihr Angelas Geist erschienen ist, da macht sie dann auch endlich die ersten Fortschritte. Sie hat ihre Ausbildung jetzt abgeschlossen. Und in Dallas wird eine Abteilung für Cold Cases eingerichtet. Keine Ahnung, ob Sheila da ihre Finger im Spiel hat oder ob das einfach Zufall ist. Aber durch ihre Hartnäckigkeit ist der Fall Angela Semota der Erste, der von dieser Abteilung neu eröffnet wird. In Zusammenarbeit mit Sheila gräbt der zuständige Beamte dann die alten Beweise wieder aus. Die Proben finden sich zum Glück wieder und er leitet eine Untersuchung der DNA ein. Als die Ergebnisse dann da sind, ist die Spannung natürlich groß. Sheila erwartet eigentlich, dass umgehend ein Treffer gefunden wird, denn nach wie vor ist sie überzeugt, dass Russell schuld war. Allerdings Fehlanzeige, der war es nämlich tatsächlich nicht. Und auch sonst findet sich in der Datenbank des FBI nicht umgehend eine Übereinstimmung. Der Täter ist offensichtlich nichts darin erfasst. Das Einzige, was Ermittler jetzt tun können, ist, die Datenbank regelmäßig zu prüfen, immer wieder nachzuschauen, gibt es jetzt vielleicht einen Treffer, gibt es jetzt eine Übereinstimmung. Es ist also mehr oder weniger abwarten und Tee trinken. Sheila trifft sich dann mal zur Aussprache mit Russell, der inzwischen ein erfolgreicher und angesehener Architekt ist. Und sie bittet ihn um Verzeihung auch dafür, dass sie damals versucht hat, ihn da irgendwie reinzureden, ihn zu überführen mit ihrer verkabelten Falle, die sie ihm da gestellt hat. Und Russell, der ist ja nicht kleinig, er vergibt ihr ziemlich schnell und großzügig. Auch er ist froh eigentlich, dass er jetzt von dem Verdacht endlich freigesprochen worden ist. Und ja, das verdankt er ja auch, Sheila insofern ist das sozusagen eine Win-Win-Situation. Es sollen zwei weitere Jahre vergehen, bis Sheila dann endlich im Jahr 2008 einen Anruf von der Polizei in Dallas bekommt. Es gibt doch noch einen Treffer, es gibt doch noch eine Übereinstimmung mit der DNA des Täters. Und es ist ein vollkommen Fremder. Sein Name ist Donald Bess, er ist 36 Jahre alt, also ich denke, er war 36 Jahre alt, als er Angela überfallen hat. Er ist seines Zeichens Serienvergewaltiger und er war rein zufällig im gleichen Club unterwegs, in dem auch Angela mit Anita und Russell war. Und als Angela ihn dann zufällig und natürlich völlig unabsichtlich beim Vorbeigehen im Getränke mit dem Arm streift, da ist es um ihn geschehen. Eine kurze, unbeabsichtigte Berührung gibt ihm den Kick, er kann seine Augen nicht mehr von ihr lassen. Und als sie und ihre Freunde schließlich den Club verlassen, da geht er einfach hinterher. Er sieht, wie sie ins Auto steigen, seines steht ganz in der Nähe, er steigt ein, bis sie da aus der Parklücke raus ist, ist er auch schon da. Und er fährt ihnen einfach hinterher. Er ist erst ein bisschen angespannt, er muss da davon ausgehen, dass Russell ihr Freund ist. Allerdings sieht er dann, wie sie an einer Kreuzung halten, der aussteigt und die Mädels alleine weiterfahren. Er ist hinter ihnen, als Angela dann Anita aussteigen lässt. Er beobachtet, wie sie dann in Bens Wohnhaus geht. Also auch hier ist das so ein Wohnhaus, wo die Apartmenttüren direkt nach draußen aufgehen. Er sieht also, dass ein junger Mann aufmacht. Er denkt, okay, das muss ihr Freund sein. Da geht sie jetzt rein, da wohnt sie. Er wartet kurz und just in dem Moment, wo er eigentlich sein Auto wieder anstartet und wegfahren will, da kommt sie wieder raus und steigt in ihr Auto und fährt weiter. Ja, und sie führt ihn halt direkt zu ihrem Apartment. Eigentlich hat der 2 Meter große und 120 Kilo schwere Mann nicht geplant, Angela zu überfallen, sagt er zumindest. Sein Plan war eigentlich nur, sie zu beobachten, zu sehen, wo sie wohnt und naja, dann vielleicht irgendwann mal. Allerdings, als er sie dann alleine in ihre Wohnung gehen sieht, da ändert er seine Meinung. Er möchte sie jetzt doch überfallen. Er möchte das schnell tun, bevor sie sich schlafen legt. Er sieht sich also um. Die Straßen sind leer. Er steigt aus und er geht zu ihrer Wohnung. Dort klopft er an, leise, nicht zu aufdringlich, aber auf jeden Fall sehr nachdrücklich. Und durch die Tür sagt er dann, ja, er hat eine Panne und eigentlich ist alles, was er wissen will, wo die nächste öffentliche Telefonzelle ist. Er klingt peinlich berührt, als ob ihm das furchtbar unangenehm wäre und ob sie nicht kurz die Tür aufmachen könnte. Angela, die scheint irgendwie beruhigt zu sein durch diesen Tonfall. Sie schließt die Tür wieder auf, allerdings noch bevor sie den Türknauf ganz rumgedreht hat, da stößt der Fremde dann auch schon durch die Tür, drängt sie zurück in die Wohnung und er faselt immer noch von der Telefonzelle und wo dann die nächste öffentliche Telefonzelle ist. Aber gleichzeitig macht er halt auch die Tür hinter sich zu und er sperrt sich mit seinem Opfer ein. Er wirkt jetzt ein bisschen ruhiger und er fragt, ob er ihre Toilette benutzen kann. Das ist natürlich eine miese Situation. Angelas Gedanken rasen. Ihr einziger Gedanke ist es, Ben anzurufen und sie hofft halt einfach, wenn der Fremde dann hört, dass sie am Telefon mit ihrem Freund ist, dass sie ihm sagt, dass da ein Fremder in der Wohnung ist, dass eben jemand hier ist, dann wird er sie in Ruhe lassen. Sie zeigt also mit dem Finger aufs Badezimmer, sie schnappt sich das Telefon und sie wählt Bens Nummer. Ja, wir wissen, was passiert. Also ich frage mich, ob Ben ihr nicht vielleicht sogar noch helfen hätte können, wenn sie von vornherein gesagt hat, was hätte, was Sache ist. Also dass sie bedroht wird, dass er kommen soll, dass er die Polizei rufen soll oder so. Aber naja, sie sagt mit mir und dann sagt sie, ich rufe gleich nochmal an und legt auf. Da vergehen einfach kostbare Minuten, in denen Ben sich wundert, was ist da los, ruft sie zurück, wartet, dass sie zurückruft. Andererseits, er braucht zehn Minuten, vielleicht wäre er dann auch zu spät gekommen. Offensichtlich war der Killer ja sehr, sehr schnell, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht früher dort gewesen wäre. Vielleicht auch nicht rechtzeitig, aber vielleicht doch. Also ich verstehe nicht ganz, warum sie so komische Sachen gesagt hat am Telefon, warum sie nicht eindeutig gesagt hat, Hilfe. Aber gut, so war es halt. Als Angela dann den Hörer aufgelegt hat, da greift der Mann nach ihr, er packt sie um die Mitte, er zerrt sie ins Schlafzimmer, sie verliebt einen Schuh. Also, naja, das ist ihr geringstes Problem gerade. Und was dann passiert, naja, das wissen wir ja schon. Zu dem Zeitpunkt, als diese Übereinstimmung gefunden wird, da sitzt dieser Donald Bass bereits im Gefängnis. Auch vor der Tat war er schon als Straftäter bekannt. Sechs Monate vorher, also im März 1984, da ist er auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen worden. Er war dort wegen Vergewaltigung, Entführung und schwerer Körperverletzung. Er hat 25 Jahre gekriegt, allerdings nach sechs Jahren haben sie ihn schon wieder rausgelassen. War offensichtlich keine gute Idee. Neun Monate nachdem er mit dem Mord an Angela dann davongekommen ist, da vergewaltigt er erneut eine Frau, die jedoch überlebt die Attacke, er tötet sie nicht. Und Ben wird festgenommen. Er wird dann 1985 zu 999 Jahren Gefängnis verurteilt. Allerdings hat er da wieder die Möglichkeit, irgendwann mal auf Bewährung rauszukommen. Als jetzt allerdings 2008 seine DNA als Übereinstimmung mit der Täter-DNA im Fall Angela Semota gefunden wird, da wird ihm erneut der Prozess gemacht und er wird am 18. Juni 2010 zur Todesstrafe verurteilt. Inzwischen ist er 74 Jahre alt, er sitzt nach wie vor im Todestrakt. Es gibt kein Datum für seine Hinrichtung, kein konkretes, allerdings die Chance, noch mal freizukommen. Die hat er diesmal auch nicht. Sheila, die arbeitet nach wie vor als private Ermittlerin und ihre Spezialität sind kalte Fälle. Und damit sind wir am Ende angelangt von diesem Fall. Ich finde es immer total faszinierend, dass hier Beweise dann dazu führen, Täter zu verurteilen, die es damals einfach noch nicht gab, die Täter auch damals nicht auf dem Schirm hatten. Heutzutage, wenn einer ein Verbrechen begeht, dann versuchen ja doch viele, keine Spuren zu hinterlassen, weil sie eben wissen, ah, DNA, da muss man aufpassen und so weiter. Ich frage mich halt immer, was ist, gibt es vielleicht in 10, 15 Jahren noch mal so neue Erkenntnisse, Womit jetzt keiner rechnet? Können Täter überführt werden durch irgendwas, was jetzt einfach noch keiner auf dem Schirm hat? Das finde ich einfach total spannend und interessant, den Gedanken, dass das ja auch passieren könnte. Und damit verabschiede ich mich auch von euch. Ich danke euch für eure Abos und für eure Likes, am meisten natürlich für eure Kommentare. Sagt mir doch Bescheid, was ihr davon haltet, was haltet ihr von dieser Geistererscheinung? Gab es die wirklich? War es tatsächlich ein Zeichen? Glaubt ihr an sowas oder eher nicht? Hat sie sich das nur eingebildet? Und glaubt ihr, dass Ben vielleicht doch rechtzeitig da sein hätte können, wenn er sofort losgefahren wäre? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt True Crime Time. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ciao.